...verschreiten muss, die Wissenschaft ist nicht verhandelbar. Da denke ich aus. Nicht nur hier im Hof, sondern in ganz Deutschland, und zum Beispiel, das ist auch verstanden, haben wir in Weichem die Prozesse heute unter dem Unterschied, glaube ich, hält sich Menschen von Profit, beziehungsweise hält sich nicht nur noch Profit. Es ist vielleicht so, dass RWE-Vorstandsvorrichtende sich über ihre Millionenzahlungen freuen. Das ist sehr schön, das geht mir aber eigentlich relativ sonst irgendwo vorbei. Es kann nicht sein, dass wir auf Kosten von Menschen, egal ob der Industriearbeiter hier bei uns, das Eck am Fließband steht, oder ob es auch die normale Fließschicht ist, dass wir sagen, dass wir jetzt einen Schiffreis für 32 kriegen und wir eine riesige, milliardenschwere Erreichung dafür brauchen, um dass die Leute überhaupt nicht zur Arbeit kommen. Das kann irgendwo nicht von seiner Künfte sein. Seit Jahren, wenn ich so kann,